Jetzt fliegen wir noch auf. Schon auf die Lunge. Stutz auf die Zielgerade. Auf die Zielgerade. Auf die Zielgerade. Stutz auf die Zielgerade. Achtung Stutz auf die Zielgerade. So, das Rennen wird sofort abgeschlossen durch Martin Ruxford. Und wenn ich es richtig sehe, dann ist das Gerd Dippel natürlich sofort, als er Hilfe bekommt.